Hallo und herzlich Willkommen bei der D-Schule. Heute besuche ich einen ganz speziellen Weihnachtsmarkt. Keinen klassischen, wie ihr ihn euch jetzt vorstellt, sondern einen mit dem Motto «Tirkus». Heute bin ich in der Halle 44 in Bar. Das ist eine Organisation, wo stellensuchende Menschen etwas Sinnvolles tun, bis sie wieder einen neuen Job finden. Das soziale Projekt wird in verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Sie bauen und restaurieren die verschiedensten Gegenstände. Sie arbeiten mit Holz, Papier, Karton, Textilien, Mosaik und Metall. Ebenfalls bewirtschaften sie eine Cafeteria und führen eine Bibliothek, wo man gratis Bücher ausleihen oder sogar dort lesen kann. Und falls ihr euch jetzt immer noch fragt, was Weihnachten mit einem Zirkus gemeinsam hat. Na, welche Nasenfarbe? Hat denn Rudolf das Rentier? Ciao! Das war's! Das war's! Was war's! Haus war's! indre Assistant auf Estáス hea brickwbbbh. ? Was war's! magnified